Hi! In dieser Session gehen wir kurz auf einige weitere psychoakustische Effekte ein, die wir bisher noch nicht besprochen haben. Der Cocktailparty-Effekt Wenn wir auf einer Cocktailparty sind, wird überall rund um uns herum gesprochen. Alle sprechen in etwa gleich laut und in der gleichen Tonlage. Die Stimmen müssten sich also eigentlich gegenseitig verdecken. Trotzdem können wir uns nur auf das Gesagte einer bestimmten Person konzentrieren. Dieses Phänomen wird als Cocktailparty-Effekt bezeichnet. Wir können selektiv hören und eine bestimmte Schallquelle aus einer größeren Anzahl von Schallquellen herausfiltern, wenn wir uns darauf konzentrieren. Der Cocktailparty-Effekt beruht auf der Ortung einer Schallquelle. Wir können die Signale trennen, weil sie aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Wenn man auf der Cocktailparty ein Mikrofon aufstellt und alles mono aufnimmt, fällt es viel schwerer, einzelne Stimmen aus der Aufnahme herauszuhören. Hier treten die bekannten Verdeckungseffekte auf, weil alles aus derselben Richtung kommt. Genau aus diesem Grund ist es auch oft so, dass bei Sprachaufnahmen Hintergrundgeräusche viel stärker wahrnehmbar sind, als dies vor Ort bei der Aufnahme der Fall war. Vor Ort können wir die Signale mit freiem Ohr voneinander trennen, weil sie aus unterschiedlichen Richtungen kommen und weil wir uns auf die Sprache konzentrieren. In der Aufnahme werden gewisse Hintergrundgeräusche auf einmal störend hörbar. Bei einer Musikmischung kann man sich den Cocktailparty-Effekt zunutze machen. Wenn sich zwei Instrumente verdecken, gibt man ihnen einfach unterschiedliche Panoramapositionen. Auch Phantomschallquellen mit unterschiedlichen Positionen können besser separat wahrgenommen werden, als welche, die aus der gleichen Richtung kommen. Ein weiteres Phänomen ist die Adaption. Unter Adaption versteht man eine vorübergehende Anhebung der Hörschwelle bei längerer Beschallung mit einem höheren Schallpegel. Das Gehör passt sich dabei durch einen Prozess im Innenohr an eine bestimmte Lautstärke an. Die Adaption setzt nach etwa einer Minute ein und erreicht nach etwa drei bis fünf Minuten ihr Maximum. Nach Abstellen des belastenden Tones bleibt die erhöhte Hörschwelle mehr oder weniger lange erhalten. Je länger die Belastung des Ohres dauert und je höher der Schalldruckpegel ist, desto länger dauert es, bis man die normale Hörfähigkeit wieder erreicht. Ist die Hörschwelle dauerhaft und irreversibel angehoben, spricht man von Ermüdung. Wenn wir im Tonstudio laut abhören, sollten wir dies immer nur sehr kurz machen, um eine zu starke Adaption zu vermeiden, die uns im Anschluss beim leiseren Abhören stört. Ein Phänomen, das zwar in der Praxis wenig Auswirkungen hat, aber vielleicht trotzdem erwähnenswert ist, ist der Zwickerton. Spielt man Versuchspersonen rauschen mit einem spektralen Loch vor, so hören die meisten nach Abschalten der Schallquelle für einige Sekunden einen leichten Nachton. Dieser sogenannte Zwickerton hat eindeutig tonalen Charakter und liegt von der Frequenz her in dem Loch, das in dem Rauschen vorhanden war. Die Shepard-Skala Eine recht interessante akustische Täuschung ist die sogenannte Shepard-Skala. Diese wurde 1964 vom Psychologen Roger Shepard vorgestellt. Eine Shepard-Skala ist eine Tonleiter, bei der man den Eindruck hat, die Tonhöhe würde immer höher oder tiefer, ohne jemals den Hörbereich zu verlassen. Es handelt sich dabei um eine Illusion, bei der die Tonhöhenwahrnehmung des Menschen ausgetrickst wird. Jeder einzelne sogenannte Shepard-Ton besteht aus mehreren, meistens, sechs bis zehn, übereinander gelayerten, also gleichzeitig abgespielten Sinustönen mit Oktavabstand. Der Ton, der in der Mitte des Hörbereichs zu liegen kommt, erhält immer die höchste Amplitude. Eine Shepard-Skala besteht nun aus vielen Shepard-Tönen. Hören wir uns eine solche Shepard-Skala an. Das ist eine solche Shepard-Ton. Diese Skala soll unter anderem beweisen, dass die empfundene Tonhöhe eben doch keine eindimensionale Größe auf einer Achse von hoch bis tief ist, sondern eine Größe auf einer zirkulären Achse. So habe ich die eben gehörte Shepard-Skala in Logic konstruiert. Jede Note auf dieser Pianorolle spielt einen Sinuston. Jeder einzelne Klang besteht aus acht übereinander gelayerten Sinustönen. Um die Illusion zu ermöglichen, müssen die einzelnen Spuren ein- bzw. ausgeblendet werden. Die Farbe der Noten symbolisiert die Lautstärke jedes Sinustones. Die hohen Spuren müssen ausgeblendet werden und die Tiefen eingeblendet. Man muss einige Zeit herumspielen, bis das Ganze reibungslos funktioniert. Abgesehen von der unterschiedlichen Lautstärke der einzelnen Töne habe ich einen Equalizer verwendet, um zu gewährleisten, dass immer der mittlere Ton am lautesten ist. Es gibt auch ein sogenanntes Shepard-Risset-Glissando, entwickelt von Jean-Claude Risset. Dieser funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur dass es sich dabei nicht um eine Tonleiter, sondern um einen kontinuierlich ansteigenden oder abfallenden Ton handelt. Im Internet findet man zahlreiche Hörbeispiele für Shepard-Risset-Glissandos. Einige sind beeindruckender, andere weniger beeindruckend. Ein schönes Beispiel für ein Shepard-Risset-Glissando ist der Song Total Departure von Christian Smith und John Salway. In diesem Song hört man ein etwa 5 Minuten langes Shepard-Risset-Glissando. Schau dir die Links zu diesem Video an, um ein paar Beispiele zu hören. Es gibt übrigens auch Plug-Ins, mit welchen man Shepard-Töne und Risset-Glissandos erstellen kann. Reset-Rhythmus Jean-Claude Risset entwickelte neben dem Glissando auch einen Reset-Rhythmus. Bei diesem wird der Eindruck vermittelt, das Tempo würde immer schneller werden. Auch beim Risset-Rhythmus geht es darum, verschieden schnelle Loops geschickt übereinander zu blenden. Ein Hörbeispiel ist mit diesem Video verlinkt. Tritonus-Paradoxon Das Tritonus-Paradoxon wurde von der Musikpsychologin Diana Deutsch entdeckt. Hierbei geht es darum, dass, wenn man Versuchspersonen zwei Shepard-Töne im Abstand eines Tritonus vorspielt, manche Personen diesen Schritt immer als Aufwärtsschritt und manche Personen immer als Abwärtsschritt wahrnehmen. So sehen die entsprechenden Noten in Logic aus. Ich persönlich höre sowohl den ersten Schritt als auch den zweiten Schritt als Aufwärtsschritt. Andere Personen hören immer einen Abwärtsschritt. Ich spiele das Ganze einmal vor. Egal, ob der Tritonus einer Oktave höher oder tiefer gelegt wird, man nimmt immer dieselbe Richtung wahr. Die Oktavillusion Diana Deutsch führte auch Experimente durch, bei denen dem linken Ohr per Kopfhörer etwas anderes zugeführt wurde wie dem rechten Ohr. Bei solchen Experimenten entdeckte sie die Oktavillusion. Bei der Oktavillusion werden dem linken Ohr diese Töne vorgespielt, also zwei Töne im Oktavabstand, und zwar erst der hohe Ton, dann der Tiefe. Dem rechten Ohr werden diese Töne vorgespielt, die gleichen Töne nur in umgekehrter Reihenfolge. Wenn man beide gleichzeitig abspielt, wird immer, wenn links der hohe Ton gespielt wird, rechts der Tiefe abgespielt und umgekehrt. Was die Versuchspersonen wahrnehmen, kann ganz unterschiedlich sein. Die meisten hören einen Ton, der immer abwechselnd links und rechts zu hören ist und der abwechselnd hoch und tief ist. Hierbei hören die meisten Rechtshänder den hohen Ton rechts und den tiefen Ton links, und das auch, wenn sie den Kopfhörer umgekehrt aufsetzen. Es kommen teilweise aber auch ganz andere Illusionen zustande. Hören wir uns beides gleichzeitig an. Achtung, bitte einen Kopfhörer verwenden. Und nun noch einmal mit verkehrt aufgesetztem Kopfhörer. Ein verwirrendes Erlebnis, oder? Interessant ist auch, dass manche Personen ganz etwas anderes hören. Die Deutsch-Skala beruht auch darauf, jedem Ohr über Kopfhörer unterschiedliche Töne zuzuspielen. Dem linken Ohr wird diese Folge vorgespielt. Dem rechten diese. Beide zusammen klingen so. Hier sehen wir noch einmal beide Melodien gleichzeitig in der Pianorolle. Die roten Töne sind links, die grünen rechts. Die Farbe der Noten dient nur der Übersichtlichkeit und hat nichts mit irgendwelchen klanglichen Parametern zu tun. Rechtshänder hören nun meistens diese Melodie rechts und diese links. Auch wenn der Kopfhörer umgekehrt aufgesetzt wird. Bei Linkshändern ist es meist umgekehrt. Es sind aber auch ganz andere Illusionen möglich. Hören wir das Ganze noch zweimal an. Nach dem ersten Mal ist Zeit, um die Seiten des Kopfhörers zu tauschen. Der McGurk-Effekt Fahren wir fort mit dem McGurk-Effekt. Schau dir bitte diese Aufnahme an. Ba, ba, ba. Was verstehst du? Die meisten Menschen verstehen da, da, da. Nun hör dir dieselbe Aufnahme noch einmal an und schließe dabei die Augen. Ba, ba, ba. Nun hört man deutlich, dass ba, ba, ba gesprochen wurde. Audiotechnisch wurde ba, ba, ba aufgenommen. In der Videoaufnahme wurde allerdings ga, ga, ga gesagt. Die meisten Menschen nehmen aber da, 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 war. Unser Gehirn verbindet unterschiedliche Sinnesorgane zu einer Gesamtwahrnehmung. Das Auge hört sozusagen mit. Diese Tatsache sollten wir uns bewusst machen. Einerseits kann man diese Tatsache nutzen, um Synergien zwischen Bild und Ton herzustellen. Andererseits bringt dies eine große Gefahr mit sich. Nämlich, dass wir uns beim Mischen von Musik optisch ablenken lassen. Heute ist alles visuell. Alles hat heute grafische Benutzeroberflächen. Jeder Equalizer zeigt genau die Entzerrungskurven an. Wir sehen einen Song in einem Programm vor uns. Wir sehen Lautstärkenverläufe und Wellenformen. Früher mussten sich Toningenieure ausschließlich auf ihre Ohren verlassen. Und das war gut so. Der Ton wurde auf ein Magnetband aufgenommen, auf dem keine Wellenform sichtbar war. Gemischt wurde auf einem analogen Mischpult, an dem man nur Knöpfe gesehen hat und keine Entzerrungskurven oder ähnliches. Sicher hilft die visuelle Darstellung in Audioprogrammen uns oft und erleichtert das Arbeiten. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass es letztendlich auf das Gehörte ankommt. Oft hilft es, seine Augen zu schließen und sich auf seine Ohren zu verlassen. Bitte nimm dieses Problem ernst. Die Ohren werden enorm von den Augen beeinflusst. Nicht selten sitzt man da und stellt vermeintlich den EQ eines Instrumentes ein, bis man endlich merkt, dass man an einer Spur schraubt, die man gerade gar nicht hört. Man hat aber geglaubt, etwas gehört zu haben. Eigentlich hat man es nur gesehen. Kombinationstöne Fahren wir fort mit einem weiteren Phänomen. Dieses lässt sich großteils akustisch erklären. Die sogenannten Kombinationstöne. Wenn wir zwei Töne gleichzeitig vorgespielt bekommen, so können Menschen mit geschulten Ohren auch sogenannte Differenz- und Summentöne hören. Diese Töne entstehen tatsächlich in unseren Ohren aufgrund von Nichtlinearitäten. Unser Ohr überträgt die Schwingungen rein mechanisch gesehen nicht perfekt. Es entstehen durch sogenannte Intermodulationsverzerrungen zusätzlich leise Töne. Nehmen wir an, wir spielen einem Menschen zwei Töne mit den Frequenzen f1 und f2 vor, wobei f2 die höhere Frequenz sei. So sind theoretisch auch diverse Töne vorhanden, die aus den Summen und Differenzen der beiden Ausgangsfrequenzen sowie deren Vielfachen entstehen. In der Praxis sind jedoch hauptsächlich der quadratische Differenzton mit der Frequenz f2-f1 und der kubische Differenzton mit der Frequenz 2xf1-f2 hörbar. Diese beiden Töne sind wie gesagt am besten hörbar. Die anderen sind meist zu leise und werden verdeckt. Wir hören nun einen Ton mit einer konstanten Frequenz von 500 Hz, hier blau eingezeichnet, und einen zweiten Ton, dessen Frequenz von 20 Hz bis 20 kHz ansteigt. Die grüne Linie repräsentiert den ansteigenden Ton. Es sollten zusätzlich zu den beiden gespielten Tönen auch diese Töne hörbar werden. Am besten ist der absteigende kubische Differenzton, hier rot eingezeichnet, zu hören. Aber auch die anderen Töne sind hörbar. Man benötigt aber gute Lautsprecher oder einen Kopfhörer und etwas Übung. Hast du Differenztöne gehört? Ich spiele es gleich nochmal vor. Vorher noch eine kurze Erklärung zur Orientierung. Den Zeitpunkt, an dem die beiden Ausgangstöne gleich groß sind, erkennt man recht einfach, da um diesen Zeitpunkt herum eine Schwebung, also eine schnelle Schwankung der Lautstärke stattfindet. Den kubischen Differenzton hört man am besten nach diesem Zeitpunkt. Der kubische Differenzton wird immer tiefer. Ich spiele es noch einmal vor. Jetzt hast du den kubischen Differenzton bestimmt gehört. Wenn du genau hinhörst, bemerkst du, dass er schon von Anfang an da ist. Der von oben nach unten kommende kubische Differenzton und der von unten nach oben kommende quadratische Differenzton treffen sich in diesem Fall genau bei 250 Hertz. Zeitlich gesehen ist es ein paar Sekunden nach der Schwebung. Für mich klingt es so, als ob der kubische Differenzton bei 250 Hertz umkehren würde und nach oben wandern würde. Hören wir noch mal. Ergänzung bei Unterbrechung eines Glissandos Ein letztes Phänomen noch. Wir hören nun einen Sinuston, der für 50 Millisekunden durch weißes Rauschen unterbrochen wird. Wir können die Unterbrechung eindeutig hören. Nun führen wir dieselbe Unterbrechung bei einem ansteigenden Ton durch. In diesem Fall können wir die Unterbrechung nicht mehr hören. Unser Gehirn scheint das Loch zu füllen in der Annahme, das Muster müsse sich fortsetzen. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Der Cocktailparty-Effekt besagt, dass wir Schallquellen aus einer bestimmten Richtung aus mehreren Schallquellen herausfiltern können. Der Panorama-Regler hilft uns also, gegen den Maskierungseffekt vorzugehen. Bei der Adaption passt sich unser Gehör einer bestimmten Lautstärke an. Darum sollte beim Mischen immer nur ganz kurz laut gehört werden. Ansonsten dauert es eine Zeit, bis man wieder gut hört. Der Zwickerton ist ein akustisches Nachbild. Erst ein Rauschen mit spektralem Loch vorspielen, dann hört man einen Nachton. Die Shepard-Skala wird unendlich höher oder tiefer. Genauso das Shepard-Risset-Glissando. Der Risset-Rhythmus wird immer schneller. Das Tritonus-Paradoxon besagt, dass Shepard-Töne im Abstand eines Tritonus von bestimmten Personen immer als Abwärtsschritt und von anderen immer als Aufwärtsschritt gehört werden. Diana Deutsch hat herausgefunden, dass, wenn man beiden Ohren unterschiedliche Töne vorspielt, es zu akustischen Illusionen kommt. Wer hierbei genau was hört, hängt oft davon ab, ob man Linkshänder oder Rechtshänder ist. Der McGurk-Effekt zeigt uns, wie stark das Sehen das Hören beeinflusst. Und wir haben gelernt, dass in unseren Ohren immer Summen und Differenztöne entstehen. Übrigens prüfungsrelevant sind aus dieser Session nur der Cocktail-Party-Effekt, die Adaption und die Summen- und Differenztöne. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Chorik-Effekt quilp-Aer Herr Türen », « Kleinstöne» 門 » «K positioning« Connections